Hallo Leute, immer noch zum Führerhauptquartier Riese. Wir sind jetzt wie immer noch auf Osofka. Ich habe ganz kurz die Stellung gewechselt und wir sind jetzt über dem Atomkraftblock. Ja, wer durchfragen, Atomkraftwerk muss das sein, will ich kurz erklären. Gucken wir mal runter. Ihr seht hier diese riesige Anlage, die hier unten ist. Ich mache das mal jetzt unter mich hier. Da sieht man entsprechend diese ganzen Teile. Ich habe es auf der Internetseite schon mal ein bisschen erklärt. Da gibt es eine entsprechende Zeichnung dazu, ein Bild dazu. Können wir das nochmal erklären. Aber Fakt ist folgendes. Gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich ein Atomkraftwerk ist. Denn Thoriumreaktoren und auch Plutoniumreaktoren gab es in Berlin und noch anderswo. Das ist gebaut worden. Das hat man getestet. Man hat die Anlagen wirklich in Betrieb gehabt. Es wäre also überhaupt kein Problem, hier auf dieser Anlage diesen entsprechenden Reaktor zu bauen. Die Größe, das seht ihr ja hier nochmal. Aber jetzt die Frage. Wenn man jetzt ein Kohlekraftwerk baut, dann verursacht dieses Kohlekraftwerk sehr viel Rauch. Der Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken ist so gering, dass es eigentlich keinen Sinn macht, damit Strom zu erzeugen. Wenn man die Technik des atomaren Antriebes hat. Gehen wir mal davon aus, dass das hier ein Kraftwerk ist. Dann hat man zwei Probleme. Das erste Problem ist, man hat sehr viel Wärmeüberschuss. Das zweite ist, man muss dafür sorgen, dass es Strahlung ist. Der hier befindliche, ich sage mal jetzt hier gerade, wo die beiden großen Luken sind. Da, ich zeige da mal hin, diese beiden da. Da ist der Eingangstreppenbauwerk und dahinter ist der Reaktorraum. Das ist ein kreisrunder Raum unten unter Wasser, der jetzt unter Wasser steht. Dort entsprechend ist es tatsächlich möglich, einen Reaktor sich vorzustellen. Nehmen wir mal das Problem mit der Wärme. Und das ist eigentlich genial. Das hat man damals genial lösen wollen. Ich gehe davon aus, dass es hier unter uns eine unterirdische Stadt gibt. Und jetzt haben wir ein Problem in dieser Stadt. Denn in einem Bergwerk, in jedem Tunnel, haben wir eine Temperatur, die standardmäßig immer so um die 8 Grad ist. Nehmt euch doch mal diese 8 Grad und bringt die mal auf Temperatur. So, das kann man mit der Abwärme des Reaktors ganz easy machen. Man kann die Anlage beheizen und man nutzt damit die überschüssige Wärme eines Reaktors einfach nur zum Heizen dieser unterirdischen Stadt. Das ist Abfall. Die wird hier genutzt. Das heißt, keine Emissionen, kein Rauch wie beim Kohlekraftwerk, das brauchen wir ja jetzt gar nicht. Und nebenbei fällt noch der Strom ab, um die Anlage auch noch mit Strom zu versorgen. Später hätte man hier diese ganze Anlage einfach übererdet. Man hätte eine Decke drauf gemacht. Und ihr kennt ja die Gebäude, diese verbunkerten Bahngebäude zum Beispiel, wo man Bäume drauf gebaut hat. Und dann hat man das Ganze bepflanzt, wuchs das Ganze zu, es war getarmt. Keiner hätte das mehr immer gemerkt. Ich zeige jetzt mal hier die Kante, wie tief diese Anlage hier eigentlich im Berg unten ist. Müsst ihr mal aufpassen. Hier geht es nämlich ganz steil runter. Kann man hier sehr gut sehen. Ja, das ist ein richtig heftiges Ding. Ideal zum Verstecken, vorher schon geplant. Ich denke mal, in die Richtung muss man einfach weiterdenken. In dem Sinne, vielleicht sehen wir uns mal hier in Riese. Ich zeige euch die ganzen Sachen. Danke, tschüss.